Eine neue Droge ist in unserer Stadt im Umlauf. Diese Droge lässt Menschen glauben, sie seien Fledermäuse und sie kleiden sich auch wie Fledermäuse. Sie haben doch einen siebten Sinn für das Böse. Für neue Lieder sein. Versuche nicht herauszubekommen, wer. Oder was, ich bin ich? Na, zur falschen Zeit am falschen Ort? Also, das geht so. Verkratzen! Wenn du mir hilfst. Okay. So erschießt du die Böse. Wenn ihr noch atmen möchtet, dann kommt zu uns. Ihr Skygirls verwendet genauso die Gewalt. Das sieht keiner, dass sie Fledermauser haben. Die leben immer noch. Hier habe ich meine Vision nicht festgehalten. Ach, das macht mich. Ach, das macht mich. Aber ich hoffe, dass der Fledermausmann auch seinen Frieden findet. Ich bin schön!